Hallo und willkommen hier bei kreuzfahrturlauber.de. Gemeinsam mit kreuzfahrten.de bringen wir dich auf den richtigen Kurs. Und damit willkommen hier an Bord von AIDA Perla. Wir haben gerade im Hafen von Santa Cruz de la Palma festgemacht. Die Isla Bonita sozusagen hier und damit die westlichste Insel der Kanarischen Inseln. Ich habe euch im ersten Vlog schon mitgenommen, habe euch meine ersten Eindrücke geschildert, habe euch mitgenommen, auf den ersten Seetag ein paar Informationen zum Bordleben gegeben. Die gibt es auch natürlich in diesem Vlog noch weiterhin. Aber es geht auch auf Landausflug. Und zwar heute geht es auf einen KOM an Landausflug. Das sind diese neuen günstigen Ausflüge, die einen individuellen Landgang ersetzen. Denn aktuell ist es nicht gestattet, alleine auf eigene Faust von Bord zu gehen. Deshalb gibt es eben diese günstigen Einstiegsausflüge, wo man einfach zu Fuß, wie in diesem Fall, oder teilweise auch per Bus, die Destination erkunden kann. Für kleines Geld, um einfach einen kurzen, knappen Ausflug zu machen. Das werde ich dann heute gleich machen. Und zwar geht es dann zu Fuß hier schon in das in Sichtweite gelegende Stadtzentrum von Santa Cruz. Ansonsten morgen dann noch ein Bike-Ausflug auf Teneriffa. Das ist sicherlich auch sehr spannend. In Teneriffa liegen wir dann zwei Tage. Da geht es dann auch noch mal weiter mit dem Sportleben am zweiten Tag, den Spa-Bereich etc. Also ihr seht schon, es wird einiges geboten in diesem Vlog. Also bleibt dran. Viel Spaß. Klassische Ausflugstickets gibt es in dem Sinne nicht mehr. Das Ganze funktioniert jetzt alles über das Bordportal. Hier kann man dann sehen, wann der Ausflug beginnt. Heute um 9 Uhr. Bis 11.30 Uhr geht er zweieinhalb Stunden. Also insgesamt 24,99 Euro pro Person. Ja und hier steht nochmal anderthalb Stunden geführter Spaziergang. Und dann noch eine kleine Kaffee und Erfrischungspause in einer Bodega. Anschließend dann zurück zum Schiff. Ja und da gehen wir jetzt auch mal los. Dann wieder Mal. Nach dem ersten Teil des Rundgangs durch die historische Altstadt hier von Santa Cruz de la Palma kehren wir jetzt gleich ein zu einer kleinen Kaffeepause in einer Bodega. Cheesecake, also Käsekuchen soll es auch noch geben und das ist hier auch in einem sehr typischen Haus mit diesen Balkonen, denn diese Balkone hätten damals zur Erbauung eigentlich gar nicht gebaut werden dürfen, man hat sich dagegen aber geweigert und sie dennoch gebaut und ist heute natürlich froh, dass sie hier zum Stadtbild von Santa Cruz de la Palma beitragen. Und jetzt gehen wir mal schauen, hier soll es nämlich einen sehr schönen und leckeren Käsekuchen geben. Musik Zurück vom Ausflug geht es jetzt ins Brauhaus zum Mittagessen. Hier wird man ja wie immer schon am Platz bedient. Das hat sich ja nicht geändert im Vergleich zu Vor-Corona-Zeiten. Hier gibt es einen kleinen Marktsalat, eine Kartoffelsuppe, dann gibt es Kalbs-Rahm-Gulasch, ein halbes Hähnchen vom Grill, Lieberkäse, Nudeln, Weißwürste und das ist ja dann noch Apfelkompott. Das Ganze dann hier im typischen Brauhaus-Fleer. Nach dem Mittagessen im Brauhaus vielleicht noch ein paar Worte zu dem Komm-an-Land-Ausflug. Also wirklich eine tolle Geschichte, dass man die Möglichkeit hat, ohne jetzt direkt einen großen Busausflug zu machen, was sicherlich sehr spannend ist hier auf der Insel La Palma, denn gerade das Vulkangebiet Latubriente, Lataburiente, so heißt es glaube ich, hat wirklich viel zu bieten. Ich habe da letztens eine Wanderung auf dem Vulkankrater gemacht, auf einer vorherigen Kreuzfahrt und auch eine Buggy-Tour. Wirklich sehr vielseitig hier. Diese Insel macht auf jeden Fall Spaß dort hinzufahren. Kann ich euch nur empfehlen, aber wenn ihr sagt, ich möchte einfach nur mal kurz rausgehen, die Füße ein bisschen vertreten, von Bord gehen, dann ist es eine tolle Möglichkeit, so einen Ausflug zu machen. Anderthalb Stunden sind wir spaziert, haben dann noch eine Stunde Mittagspause in der Bodega gehabt. Da fand ich tatsächlich etwas schade, dass das mit den Abständen nicht ganz regelkonform vielleicht auch war. Also hier und da konnten die anderthalb Meter nicht eingehalten werden. Da wünsche ich mir dann doch eher ein bisschen mehr Freiraum und das Ganze an freier Luft zu machen. Und es gab ja auch Außenplätze, wo man es durchaus hätte auch anbieten können. Ja ansonsten aber wie gesagt, toll, dass es so was gibt und das gibt es in jedem Hafen. Man kann also überall einen Kommandant-Landauszug, entweder zu Fuß oder auch teilweise per Bus machen, um dann einfach mal kurz rauszukommen und dann nachher das Bordleben wieder zu genießen. Immer wieder, wenn ich auf La Palma bin, finde ich ja, dass zusammen mit La Gomera die beiden Inseln die schönsten Häfen der Kanarischen Inseln bieten. Denn wie man hier sieht, ein großartiger Ausblick vom Schiff aus. Das heißt, dass wenn man jetzt hier mal keinen Ausflug unternehmen sollte und sich für einen entspannten Tag an Bord entscheidet, also das ist wirklich ein tolles Panorama, wo es einfach auch dazu einlädt, sich auf die Sonnenliege zu legen und dann hoffentlich bei eurem Anlauf, wenn ihr mal hier seid, auch die Sonne zu genießen. Heute ist ja eher bewölkt, aber das ist schon sehr schön hier. Zum Abendessen geht es dann heute in das Marktrestaurant. Normalerweise ja ein Buffet-Restaurant und damit ja eigentlich auch sogar das beliebteste hier an Bord. Ja, die Buffet-Bereiche sind zurzeit alle hübsch dekoriert. Essen findet man hier allerdings nicht, denn das wird hier angerichtet und das wird dann eben am Platz serviert und da schauen wir jetzt gleich mal in die Menükarte. Und angekommen am Platz findet man dort auch die Menükarte. Heute die Empfehlung des Restaurants Sauerbrat mit Rohkohl und Semmelknödeln. Erbsensuppe ist heute die Suppenspezialität. Und zum Abendessen haben wir dann heute Vitello Tonato, Auberginentörtchen, Hauptgang dann entweder Perlhundbrust, Zanderfilet oder Gemüsepaella und als ist her dann Blownie. Und auch hier gibt es tägliche Variationen, die jeden Tag geboten werden und auch für die Kleingäste. Und das Ganze heute Abend hier am Heck des Schiffes mit schönem Ausblick auf der Palma, das ist ja immer so das Highlight des Marktrestaurants, weshalb es sich ja auch so an großer Beliebtheit erfreut, dass man hier einen schönen Ausblick nach draußen hat. Das Abendessen heute Abend im Marktrestaurant war wirklich gut und konnte sich sehen lassen. Ich war ja auch letztes Jahr beim Neustart der Ida Blue mit dabei. Da gab es anfangs noch ein paar Herausforderungen, was das Essen anging, denn man muss sich ja komplett umstellen hier von Buffetrestaurant auf à la carte Restaurant. Und so muss es jetzt hier im Marktrestaurant eben auch geschehen. Die Speisen werden eben nicht mehr im Buffet angerichtet, sondern müssen eben auf jedem Teller angerichtet werden. Das passiert optisch, aber auch geschmacklich sehr gut. Muss man wirklich sagen, dass es ein gutes Geschmackserlebnis auch ist. Es macht Spaß hier abends die Gänge zu bestellen. Die Auswahl ist natürlich nicht mehr so groß, wie man es vorher am Buffet kannte. Es gibt jetzt immer drei verschiedene Hauptgänge zur Auswahl. Fleisch, Fisch und vegetarisch. Und nochmal eine Spezialität des jeweiligen Restaurants. Aber das, was man dann bekommt, ist dann auch wirklich sehr gut und kann man gut essen. Ja, also ein toller Abend im Marktrestaurant. Dann ging es weiter zum Auslaufen hier von La Palma oder aus La Palma, aber auch ein tolles Ablegemanöver. Hinten aus der La Naibar beobachtet das Ganze. Ein wirklich sehr guter Spot, auch um Ablegemanöver anzuschauen. Und dann geht es gleich ins Theatrium zum Wohnzimmerkonzert und anschließend in das Nightfly. Das ist ja die kleine Showlocation hier am Bug. Da ist der Danny auf der Bühne. Danny kommt dem einen oder anderen dann vielleicht bekannt vor von verrückt nach mehr. Da war er als Reiseleiter unterwegs und war öfter mal im Fernsehen. Der ist jetzt hier bei AIDA und ist eben aktuell für das Nightfly zuständig. Und ich würde sagen, das schauen wir uns jetzt mal an. Und morgen sehen wir uns dann wieder auf Teneriffa. Und dann geht es dann auch aktiv zu mit einem Bikeausflug. Einen wunderschönen guten Abend meine Lieben und herzlich Willkommen dem Nightfly an Bord der AIDA Perler, dem schönsten Kreuzfahrtschiff der Welt. Fertig und Trau! Gute Abend meine Lieben! Geht das gut? Ja, ich freue mich. Endlich sind wieder Gäste da. Es ist unglaublich. Ich kann es nicht mehr hören. Wenn ich noch einmal Covid höre, äh, Corona höre, äh, es ist furchtbar. Aber es ist tatsächlich dieses Jahr besser, muss ich sagen. Ich meine, wir haben schon wieder März. Eigentlich ist es dieses Jahr März genauso wie letztes Jahr März. Aber mit einem Unterschied, wir haben Klopapier. Das ist schon mal ein ganz, ganz, ganz großer Schritt nach vorne. Gute Morgen von Teneriffa. Wir haben den Hafen erreicht. Heute Morgen einen wunderschönen Sonnenaufgang gesehen und dann hier in den Hafen langsam reingeschlichen. Ja, und jetzt liegen wir hier für zwei Tage auf Teneriffa. Heute geht es, wie gesagt, auf einem Bikeausflug. Äh, der ist relativ kurz. Elf Kilometer nur lang. Zwei bis zweieinhalb Stunden. Äh, ja, ist eigentlich relativ unüblich, dass sowas ein Programm ist. Aber hier in Santa Cruz de Teneriffa wird das Ganze geboten. Und das finde ich eigentlich ganz schön, um hier die Stadt einfach mal, ja, mit einer kleinen Quadratur zu erkunden. Natürlich hat die Insel weit mehr zu bieten. Man kann in das Anaga-Gebirge, man kann zum Vulkan Teide. Und, äh, weitere Highlights, äh, zum Beispiel auch eine, eine, eine Katamaranfahrt mit Wall- und Delfinsichtungen, äh, Sichtungen habe ich hier mal gemacht. Das war auch sehr schön. Der Loro-Park öffnet exklusiv für die Gäste von Naida Perla. Also, die Ausflugsvielfalt ist hier groß. Das Ganze eben sogar an zwei Tagen, sodass man hier genügend Zeit hat, die Stadt zu erkunden. Ja, der Nachteil eines Overnights, äh, ist eben, dass man, ja, zwei Tage jetzt auf dem Hafen liegt. Ähm, leider ist diese Balkonseite hier auch die, dem Hafen zugewandte Seite. Das heißt, man hatte die Straße, man hatte so ein bisschen die Containerabfertigung. Und vielleicht habt ihr es auch gerade im Hintergrund schon gehört. Ja, es bringt natürlich, äh, laute Geräusche mit sich. Das ist so ein bisschen schade. Die Gäste, die auf der anderen Seite wohnen, haben es dann natürlich deutlich besser. Aber gerade Teneriffa ist eigentlich so mit der, mit Gran Canaria Zusammensitz, so die lautesten, äh, Industriehäfen hier auf den Kanaren. Normalerweise, also Lanzarote, Fuerteventura, da sollte es deutlich ruhiger sein. Aber gut, so ist es eben, äh, Straße statt Meer hier die nächsten Tage. Und, äh, dann schauen wir mal, was der Bike-Ausflug heute so bringt. Und, äh, dann schauen wir mal. Und, äh, dann schauen wir mal. ee Bis zum nächsten Mal. Nach gut drei Stunden jetzt wieder zurück an Bord von AIDA Perla. Ja, das war ein kurzer und knapper Fahrradausflug. Er ging wie gesagt nicht in das umliegende Gebirge. Also relativ flach, auch 170 Höhenmeter insgesamt. Das sollte für jeden dann auch gut zu schaffen sein. 10 bis 15 Kilometer Strecke. Es gab einige Fotostops, zum Beispiel der Botanische Garten. Dann diese besondere Formation, ich habe jetzt den Namen vergessen, am Wasserdirekt. Das war auch ganz schön. Ansonsten wirklich eine gute Möglichkeit, den Ort Santa Cruz de Tenerife kennenzulernen. Ich persönlich kannte jetzt noch gar nicht so viel davon und war dementsprechend auch begeistert, was man alles noch so sehen kann. Zum Beispiel gerade der Botanische Garten hat mich besonders beeindruckt. Fotos und Videos während des Fahrradfahrens sind natürlich immer ein bisschen schwierig, darf man nicht machen. Deshalb habe ich euch mal an den Fotostops jeweils ein paar Impressionen mitgebracht. Und ja, also insgesamt kann man sagen, für 35 Euro pro Person ein sehr preiswerter Fahrradausflug. Die meisten kosten ja deutlich mehr, wenn sie länger sind. Also kann man durchaus mal machen, um hier Santa Cruz de Tenerife kennenzulernen. Zur Stärkung nach dem Fahrradausflug geht es jetzt in das Fuego-Restaurant. Hier gibt es ja zum Beispiel Pizza, Burger, Pasta oder auch noch ein paar Desserts. Und so sieht dann der Burger aus. Kommt auch relativ schnell. Also 5 bis 10 Minuten nach dem Bestellen ist er spätestens da. Jetzt schon zum zweiten Mal auf dieser Reise. Und ja, das ist jetzt ein Cheeseburger in diesem Fall und denke ich mal auch ganz lecker. Ich habe heute einmal die Gelegenheit bekommen, für euch die Deluxe-Feed anzuschauen. Und da fangen wir auch direkt mal an. Fangen wir an mit dem großzügigen Badezimmer, das sich hier hinter dieser Tür verbirgt. Da haben wir eine große Dusche, eine Badewanne mit Wollpuff-Funktion, zwei Waschbecken und dahinter noch eine Toilette, die nochmal abtrennbar ist. Dann befindet sich hier hinter dieser Tür ein Ankleidezimmer. Wir haben hier das Schlafzimmer für zwei Personen mit Fernseher und Zugang zur großen Veranda. Dazu aber gleich mehr. Und hier direkt nebenan dann der Wohnraum mit einem Esstisch für bis zu vier Personen. Daneben eine Couch, die dann noch umgewandelt werden kann zum Bett, sodass man insgesamt mit vier Personen dann hier auch wohnen kann. Direkt gegenüber befindet sich dann der Schreibtisch mit dem Fernseher. Und wenn wir dann mal rausschauen, kommen wir nämlich zum Highlight dieser Suite, nämlich die große Veranda. Auch hier nochmal einen Tisch für bis zu vier Personen mit Stühlen. Und direkt daneben drei bequeme Liegestühle und eine Hängematte, sodass hier dann auch jeder von den vier Personen gleichzeitig liegen kann. Ja, wirklich eine tolle Veranda von einer großen Suite. Also ein Nachmittag wie aus dem Bilderbuch hier heute auf Aida Perla im Hafen von Teneriffa. Sommerliche Temperaturen, 23 Grad. In der Sonne fühlt sich das Ganze sogar noch wärmer an. Ja, also wirklich genügend Zeit, um dann hier auch eben das Wetter zu genießen. Auf dem Außendeck, wie man hinter mir sieht, auch genügend Platz gerade vorhanden. Gut, die Auslastung ist aktuell auch nicht so hoch. 650 Gäste nur an Bord. Dementsprechend findet natürlich jeder auch gerade seinen Sonnenplatz hier. Wenn es dann wieder etwas mehr wird, dann muss man dann sehen, dass man Plätze findet. Vielleicht im Beach Club auch. Wobei man bei dem Wetter ja eigentlich überwiegend an freier Luft sein möchte. Hier direkt an der Sonne. Heute Abend geht es dann ins French Kiss zum Abendessen. Das ist ja eines der Restaurants, wo man immer Service am Platz genießen kann. Aktuell ja auch in den Buffet-Restaurants. Da Buffet ja nicht besteht momentan. Heute Abend dann eben dort. Da gilt es dann aber, die Getränke zu bezahlen. Also die Speisen sind im Reisepreis enthalten. Die sind in der Regel auch hochwertiger als die in den Buffet-Restaurants. Und ja, gegen eine kleine Gebühr für die Speisen sozusagen genießt man dann dort feineres Essen in einer tollen Umgebung. Insgesamt muss man aber wirklich sagen, dass die letzten Abende oder nicht nur Abende, sondern auch Frühstück und Mittagessen vom Service her wirklich sehr gut waren. Also die haben ein tolles System entwickelt, wo sie dann eben Kellner haben, die Essen bringen. Und Kellner haben, die Essen abholen, sodass es auch wirklich äußerst hygienisch passiert. Und vom Service nicht nur bemüht, sondern wirklich mehr als das. Sie geben alles, um die Gäste zufriedenzustellen. Sie fragen nach, ob alles passt, ob das Essen warm ist, etc. Also sobald man da mal irgendwo eine kleine Bemerkung hat, was vielleicht nicht passen sollte, dann wird alles getan, damit das sofort umgesetzt wird, damit es dann auch sofort passt. Das einfach mal nur so als Randbemerkung. Denn das ist mir die letzten Tage aufgefallen, dass es hier nahezu ausnahmslos wirklich äußerst guter Service an Bord ist. Die Speisekarte hier im Fünfkiss wird dann auch über den QR-Code gescannt, sodass sie dann kontaktlos auf dem Handy abzurufen ist. Als Vorspeise haben wir zum Beispiel Beef Tartar, Entenregette, Weinbergschnecken oder eine französische Vorspeisenvariation. Dann gibt es zwei Suppen, den Nizza-Salat, ein Pasta-Gericht. Zu den Hauptgerichten im Fischbereich gibt es gebratene Garnelen oder ein gebratenes Toratenfilet. Als Fleisch gibt es ein rosa gebratenes Rinderfilet, eine Entenbrust oder eine geschmottete Lammhaxe. Dann gibt es auch noch ein vegetarisches Gericht. Es gibt Backwaren, Baguettes oder Croissants und süße Desserts. Creme Brûlée, Mousse au Chocolat, Zitronentarte, Apfelkuchen-Spezialität etc. Also eine überraschend große Speisekarte. Die Speisen sind, wie gesagt, alle im Reisepreis enthalten. Das Abendessen im French-Kister-Strong war heute Abend wirklich richtig gut. Ich war total positiv überrascht worden. Es gab insgesamt vier Gänge. Zur Vorspeise gab es Beef Tartar, ein Zwischengericht, dann einen Nizza-Salat. Als Hauptspeise dann Dorade, also Doradenfilet. Okay, richtig, richtig gut gewesen. Alles optisch und geschmacklich auf top. Und als es ja dann noch Creme Brûlée, auch das war noch gut umgesetzt worden. Und man muss wirklich sagen, 10 von 10 Punkte für dieses Abendessen. Service war auch sehr gut, kann man nicht anders sagen. Und ja, das Ganze dann eben im Reisepreis enthalten. Nur die Getränke gilt es zu zahlen. Wenn man da zum Beispiel jetzt aber die Kosten nicht übertreiben lassen möchte und zum Beispiel einfach nur eine Millionarte oder so bestellt, für 2,80 Euro hält sich die Investition für ein wirklich sehr hochwertiges Abendessen im French-Kiss doch sehr in Grenzen. Ja, heute Abend dann noch ein bisschen Programm im Theater. Zum einen Wer wird Megionaire. Theatrium, nicht Theater, sorry. Wer wird Megionaire und anschließend noch eine Show. Im Beat Club ist dann noch eine Jazz Night mit der Pianistin. Ja, und dann sehen wir uns morgen früh wieder. Weiterhin hier am Hafen von Teneriffa, denn heute Abend legen wir nicht ab und bleiben noch eine Nacht im Hafen. Guten Morgen am zweiten Tag hier im Hafen von Teneriffa. Aida Pella hat ja hier über Nacht gelegen, sodass jetzt heute noch mal ein weiterer Tag zur Verfügung steht, um die Insel zu erkunden. Wie gestern schon gesagt, sie ist ja unglaublich vielfältig und da haben die Gäste heute wieder viele Möglichkeiten, was zu machen an Land. Ja, ich bleibe heute an Bord, um noch mal ein bisschen das Bordleben hier einzufangen und wahrzunehmen. Das beginnt damit, dass es heute im Vormittag zum Spa geht, dass ich mir den einmal anschauen, den Bereich. Denn es ist aktuell so, dass die Sauna nicht mehr in dem normalen Wellness-Paket mit enthalten ist. Normalerweise hatte man eben die große Wellness-Oase und die Saunen, wenn man dort gebucht hat. Das Hygienekonzept sieht es jetzt so vor, dass die Saunen extra zu buchen und zu bezahlen sind. 80 bis 90 Euro ist da ungefähr der Preis für. Dafür hat man dann aber auch wirklich eine Sauna für sich komplett alleine und hat da eben pro Kabine dann eine kleine Privatsauna sozusagen für einen gewissen Zeitraum. Ja, ich gehe jetzt mal runter. Es gibt ein Vormittagsticket, das kann man zum Beispiel buchen. Kostet 15 Euro von 7 bis 12 Uhr. Das ist hier, dieser Sauna oder Wellnessbereich ist ja auch direkt unter der Kabine hier. Wir sind auf Deck 9. Auf Deck 8 ist dann der Wellnessbereich mit dem Außenliegeflächen und dann noch zusätzlich auch Innenbereiche. Es ist jetzt schon nach 9 Uhr. Die Whirlpools sind immer noch abgedeckt. Woran das jetzt liegt, weiß ich nicht. Ja, ab 7 Uhr ist es ja schon geöffnet. Wird dann sicherlich im Laufe des Tages, aber auch noch, ja, werden auch die Whirlpools noch öffnen. Das schauen wir uns gleich mal an. Und ansonsten wird heute Vormittag auch noch einiges geboten. Zum Beispiel Dart, Shuffleboard, DJ-Musik in der Lanai Bar, Lektorvorträge. Also es ist eben auch Programm für die Gäste da, die jetzt sich gegen einen Ausflug hier am zweiten Tag auf Teneriffa entschieben. Eine der schönsten Bars, gerade auch im Außenbereich, ist definitiv die Lanai Bar hier hinten auf Deck 7. Zum einen befindet man sich hier direkt an der Heckwelle. Also natürlich, wenn das Schiff auf See ist. Wir sind jetzt hier gerade im Hafen. Und zum anderen kann man hier einfach wunderbar sitzen. Den Tag zum Beispiel auch ausklingen lassen. Am Abend, tagsüber, teilweise aber auch DJ-Musik. Sogar jetzt gleich hier im Hafen von Teneriffa nachmittags so ein bisschen einen Chill-Lounge. Ja, und hier gibt es dann eben die Getränke, die übrigens nicht im Reisepreis erteilt sind. Also man kann Getränkepakete dazu buchen. Bei AIDA, ihr kennt das sicherlich. Die meisten von euch sind sicherlich auch schon mal mit AIDA gefahren. Es sind Tischgetränke enthalten. Das heißt, Softdrinks, Bier und Wein sind zu den Tischzeiten in den Buffet-Restaurants enthalten. Ansonsten in den Bars muss man eben entweder bezahlen oder Getränkepakete dazu buchen. Das muss man einfach wissen und in den Preis einkalkulieren, wenn es einem wichtig ist, tagsüber oder abends dann nochmal den einen oder anderen Drink zu sich zu nehmen. Ja, aber ansonsten wirklich schön hier zu sitzen. Und heute auch auf Teneriffa. 24 Grad sommerliche Temperaturen und das Ganze im März. Das zeigt, man kann auf den Kanarischen Inseln wirklich einen tollen Winter erleben. Das muss nicht immer so sein. Man kann auch mal 17 Grad Wolken und Regen haben. Das kann durchaus auch passieren. Aber heute, ja, hat das Wetter es gut mit uns gemeint. Im Theatrium ist es so, dass grundsätzlich keine Shows reserviert werden müssen. Es herrscht auch freie Platzwahl. Auf Plätzen, die nicht belegt werden sollen, findet man eben immer einen entsprechenden Sticker. Das sind zum Beispiel hier die Hocker im hinteren Bereich. Und dann hier im vorderen Bereich, auf den Bänken, ist es so, dass es hier Informationskärtchen gibt. Hier zum Beispiel noch nicht desinfiziert. Wählen Sie gerne einen anderen Tisch. Also hier scheinen Gäste gesessen zu haben. Dieser Platz wurde noch nicht desinfiziert. Hier zum Beispiel ist es so, dass es ein grünes Kärtchen gibt. Frisch desinfiziert. Bitte nehmen Sie Platz. Daran ist dann für die Gäste immer sichtlich. Darf ich mich hier setzen oder nicht? Und natürlich muss hier Abstand eingehalten werden. Also abends, während der Shows, ist auch immer jemand von der Crew da, der darauf achtet, dass zwischen den Plätzen hier im Theatrium eben immer genügend Abstand eingehalten wird. Auch im Aufzug muss man sich natürlich an Regeln halten. Das ist zum einen ganz selbstverständlich der Mund-Nasen-Schutz. 1,5 Meter Abstand, das kennen wir auch alle. Und dann gilt es eben mit maximal drei Personen zu fahren oder maximal sechs Personen, wenn man eben als Familie unterwegs ist hier im Aufzug. Der Besuch gestern Abend im French Kiss hat dann auch Lust auf mehr gemacht. Da haben wir nämlich gesehen, dass hier nachmittags auch Kaffee und Kuchen serviert wird. Heute Nachmittag deshalb hier ein kleines Stück Kirschtart. Ja, das Ganze dann im Reisepreis enthalten. Genau das Getränk, also eine Kaffeespezialität oder ein Softdrink, muss dann eben extra bezahlt werden. Der Flammkuchen am Nachbartisch hat dann gerade doch nochmal dazu angeregt, in die Karte zu schauen. Und da wird dann ersichtlich, es gibt zum einen die gerade erwähnten Kuchensorten, Makarons gibt es auch noch, die kosten allerdings auf Preis. Aber es gibt dann zusätzlich auch noch eine große Auswahl an Baguettes und auch an Flammkuchen. Also ein Elsässer Flammkuchen und ein Flammkuchen mit Sauerrahm, Ziegenkäse und Trauben. Und ja, das sogar alles hier im Reisepreis enthalten. Für 16 Uhr stand heute eigentlich der Kletterpark auf dem Programm. Das Ganze hier in dem Four Elements Bereich. Das ist ein überdachter Indoor-Bereich, wo dann ganz viel für die Familie geboten wird. Hier unten auf der kleinen Bühne teilweise Kids-Aktionen, dann auch Filme, die gezeigt werden. Darüber hinaus ist hier der Lazy River für die kleinen Kinder, aber auch noch World Pools. Ein kleiner Aquapark für die Kinder, direkt angeschlossen auch der Kids Club. Und das Coego-Restaurant oder das Familienrestaurant, das zeigt alles schon, hier ist wirklich was los. Hier können Familien was erleben. Der Kletterpark, 7,99 Euro pro Person, also nicht beim Reisekreis enthalten, wie es lange der Fall war. Etwas schade ist jetzt, dass die Sonne hier so sehr darauf einfällt, auf das Four Elements, dass es jetzt leider geschlossen ist. Denn 41 Grad, also der Kletterpark ist geschlossen, denn 41 Grad sind dort oben jetzt. Und ich war gerade kurz oben zum Filmen und allein das war schon zu warm. Klettern wollte man bei der Temperatur auch definitiv nicht. Etwas schade, dass es dann bei der starken Sonne dann zu warm wird oben. Ja gut, so ist es jetzt leider und die 7,99 Euro gehen zurück aufs Boardkonto. Heute Abend um 18.30 Uhr nehmen wir jetzt Kurs auf den nächsten Hafen, auf Fuerteventura, wo wir dann morgen früh ankommen werden. Ja, ein Sail Away hier aus einem schönen Hafen nach zwei Tagen Teneriffa geht es jetzt eben weiter. Das Ganze kann man sich eben wunderbar anschauen von dem Patio Deck. Das ist ja für Suiten-Gäste und Gästen der Panoramakabinen hier zugänglich. Und von hier aus hat man eben einen tollen Blick in Richtung Bug. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt das Ablegen mal an. Und direkt danach geht es in das Casanova Restaurant. Das ist ja das italienische Restaurant hier an Bord. Speisen sind dort im Reisepreis enthalten. Getränke geht es dort extra zu bezahlen. Und ich würde sagen, wir sehen, wir sehen, wir sehen, wir sehen, wir sehen, wir sehen. Und auch heute Abend wieder ein sehr leckeres Menü gehabt. Dieses Mal im Casanova Restaurant. Muss man wirklich sagen, sehr schön umgesetzt, toll angerichtet, aber auch geschmacklich richtig gut gewesen. Und meine Empfehlung ist wirklich, nutzt diese Spezialitäten-Restaurants. Das sind hier zum einen das French Kiss, das Casanova und das Brauhaus. Denn dort habt ihr wirklich einen tollen Service am Platz. Das Ganze in hochwertiger, also vor allem im French Kiss Casanova, hochwertiges Ambiente. Und ein Menü, das ich wirklich absolut sehen kann. Schon richtig toll. Ja, ansonsten heute Abend dann noch ein Gastkünstler auf der Bühne im Theatrium, ein Zauberer. Und heute Abend im Nightfly dann wieder der Danny, der auf der Bühne steht und eine Late-Night-Show macht. Also heute Abend dann auch noch ein bisschen Programm. Im Beach Club ist, glaube ich, auch noch mal was los. Also fürs Abendprogramm ist definitiv gesorgt. Ja, ich hoffe, euch haben hier die drei Tage gefallen in diesem Vlog. Ich habe euch ja mit auf den Ausdruck genommen. Heute noch mal einiges vom Bordleben gezeigt. Und in der nächsten Folge, also morgen und übermorgen, geht es dann auf die östlichen Inseln der Kanaren. Ein kompletter Kontrast zu dem, was die westlichen Inseln bieten. Denn sie sind deutlich karger und weniger bergig. Es geht morgen nach Fuerteventura, übermorgen nach Lanzarote. Spannende Ausflüge stehen auf dem Programm. Also lohnt es sich auf jeden Fall wieder einzuschalten. Wenn euch das Ganze gefallen hat, schaut gerne mal unter reisen.kreuzfahrturlauber.de vorbei. Denn dort könnt ihr eure nächste Traumreise buchen. Vielen Dank dafür und dann bis zum nächsten Video. Euer Kreuzfahrturlauber Fabian. Vielen Dank.